Ich lerne Deutsch. Nummer 1364 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der ganze Kaffee hat auch nicht geholfen. Der ganze Kaffee hat auch nicht geholfen. Die Küche ist aufgeräumt und geputzt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Die Küche ist aufgeräumt und geputzt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Vor dem Boxtraining müssen die Handgelenke geschützt werden. Vor dem Boxtraining müssen die Handgelenke geschützt werden. Das heutige Treffen mit meinem Chef ist wichtig, also muss ich einen guten Eindruck machen. Das heutige Treffen mit meinem Chef ist wichtig, also muss ich einen guten Eindruck machen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich helfe dir dabei, schau mal, es geht ganz einfach. Ich helfe dir dabei, schau mal, es geht ganz einfach. Die Bücher sehen gebraucht aus. Die Bücher sehen gebraucht aus. Sandra nimmt ihre Songs zu Hause auf. Ihre Schwester Lisa bedient den Computer. Gestern habe ich viel in meinem Laden verkauft. Gestern habe ich viel in meinem Laden verkauft. Der Verkauf floriert. Gestern habe ich viel in meinem Laden verkauft. Der Verkauf floriert. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wer hat das Paket und die Tasche auf der Holzbank vergessen? Wer hat das Paket und die Tasche auf der Holzbank vergessen? Wer hat das Paket und die Tasche auf der Holzbank vergessen? Sie haben den Sehtest bestanden. Sie benötigen keine neue Brille. Sie haben den Sehtest bestanden. Sie benötigen keine neue Brille. Sie haben den Sehtest bestanden. Sie benötigen keine neue Brille. Ich schreibe meine Ideen sofort auf diese Tafel, damit ich sie nicht vergesse. Zwischen den einzelnen Übungen mache ich immer eine kurze Pause. Zwischen den einzelnen Übungen mache ich immer eine kurze Pause. Der alte Baum musste gefällt werden. Wir haben uns dazu entschieden, im nächsten Monat zu heiraten und laden alle dazu ein. Wir haben uns dazu entschieden, im nächsten Monat zu heiraten und laden alle dazu ein. Hänge diese Tafel an eine Wand, die du immer im Auge hast und schreibe deine Ideen auf. Hänge diese Tafel an eine Wand, die du immer im Auge hast und schreibe deine Ideen auf. Kommst du mit in diesen Laden? Ich würde gerne die Schuhe anprobieren. Kommst du mit in diesen Laden? Ich würde gerne die Schuhe anprobieren. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa zwei bis drei Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa zwei bis drei Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Friedrich glättet den Estrich über der Fußbodenheizung mit einer Stange. Friedrich glättet den Estrich über der Fußbodenheizung mit einer Stange. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe zu spät. Ich habe zu spät. Ich habe zu spät. Schönepe morningfangsd desto sentiert. Vielen Dank.